Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Alex. So, yo. Eisenerz. Wir gehen quatschen, glaube ich, mit diesem Typen. Egal, was du glaubst, hier zu suchen, du wirst es nicht finden. Du weißt nicht, was ich suche. Nein, und es ist auch unwichtig. Du wirst diesen Ort sofort wieder verlassen. Warte. Ich weiß von deinem Kampf gegen den Hybriden. Hm. Das hättest du besser nicht sagen sollen. Soeben warst du nur ein Störenfried, der sich verlaufen hat. Doch nun gefährdest du meine Mission gegen den Eispalast, und ich muss dich töten. Ich kann dir helfen. Der Eispalast war einst meine Heimat. Tatsächlich? Hm. Wer bist du? Warte. Ja. Jetzt sehe ich es. Aber ich dachte, du seist tot. Ich bin ein Wandler zwischen den Welten. Gejagt von den eigenen Leuten. Hm. In der Tat. Mein Auftrag war es, mir dein Wissen über das Elex anzueignen. Mein Auftrag war es, mir das Wissen über das Elex anzueignen. Hm. Was sagt mir, dass du diesen Auftrag nicht jetzt noch erfüllen willst, Alp? Das kannst du nicht. Aber genauso wenig kannst du auf mein Wissen verzichten. Hm. Wieso? Ich war ein Alp. Und ich weiß, dass du dich hier versteckst. Ich weiß, dass du das Elex umkehren willst. Und ich vermute, du bist nicht weit davon entfernt, deine ersten Erfolge zu verzeichnen. Außerdem sollst du Kenntnisse darüber haben, wie man an den Hybriden herankommt. Hm. Und weiter? Ich kenne die Strategien und Schlachtpläne der Elexetoren. Mein Wissen über die Stellungen der Alps in Xarko ist zwar einige Wochen alt, doch ist es recht umfangreich. Hm. Könnte sein, dass mich das interessiert. Aber warum erzählst du mir das? Je länger ich hier draußen bin, umso mehr verhärtet sich der Verdacht, dass ich von meinen eigenen Leuten verraten wurde. Ich will wissen, wer. Darum muss ich in den Eispalast. Du scheinst der Einzige zu sein, der mir dazu verhelfen kann. Verbünde dich mit mir. Gemeinsam können wir einiges erreichen. Hm. Gesetzt den Fall, ich glaube dir. Was genau erwartest du von mir? Teile dein Wissen mit mir. Sag mir, wie ich unbemerkt in den Eispalast komme. Teile dein Wissen mit mir. Sag mir, wie ich unbemerkt in den Eispalast komme. Unsinn. Die Alps werden dich pulverisieren, bevor du die große Rampe des Eispalastes erreichst. Das ist mein Problem. Nein, ist es nicht. Das Risiko ist zu groß, dass sie dich kriegen und sie dich schlimmstenfalls wieder umdrehen und du dich doch wieder gegen die freien Menschen wendest. Das Risiko wirst du eingehen müssen. Nein. Wir führen einen offenen Krieg gegen die Alps in den Ländern der freien Menschen. Immer noch sterben Menschen in den Konvertern. Immer noch halten die massiven Angriffe der Alps und ihrer Maschinen an. Das muss aufhören. Und zwar sofort. Du willst den Eispalast infiltrieren? Dann beende erstmal den Völkermord, den deine Leute begehen. Erst wenn die Alps den direkten Zugriff auf die Länder der freien Menschen verlieren, werde ich mein Wissen mit dir teilen. Keinen Tag früher. Ach du Heilige. Na schön. Du willst, dass die Konverter abgeschaltet werden? Ja, haben wir das nicht schon? Nicht nur die Alps führen diesen Krieg. Die freien Menschen bekämpfen sich gegenseitig. Die Elixetoren sind die eigentlichen Drahtseer bei den Alps. Äh, Konverter umkehren. Du willst, dass die Konverter abgeschaltet werden? Äh, umkehren. Genau. Diese Werkzeuge des Vösen haben schon zu lange ihren Dienst verrichtet. Oh, da kommt wieder eine Erinnerung. Juhu. Na dann. Aktivier dich, erinnere mich. Ein Jahr vor der Exekution. Boah. Himmelsatmen. Oh, ist das hier ein Drahtapeser? Ich glaube, ne? Mhm. Wir haben den eingeschaltet. Eine Eruptionsspur eines potenziellen Elix-Vorkommens ausmachen können. Es scheint groß genug zu sein, dass ich versuchen sollte, bei ihm zu meditieren. Okay. Und wo genau? Meine Sinne weisen mich ins hohe Grenzgebiet zwischen Edan und Tavar. Irgendwo da oben muss etwas sein. Okay, zeig mir deine Eruptionsspur im östlichen Grenzland von Edan. Okay, zeig mir deine Eruptionsspur im östlichen Grenzland von Edan. Also dann, folge mir. Wow, sie mag mich. Sie mag uns. Ach, wie schön. Wenn sie doch anfängt, mein Held, dann ist wie so alles aus. Dann müssen wir sie ehelichen. Da geht nicht anders. Was? Wir sind auch nur ein Mann. Wir müssen anders laufen als zuvor. Die Spur ist sehr schwach. Ich brauche meine ganze Konzentration und darf mich nicht ablenken lassen. Das heißt, ich bin noch mehr auf deine Mithilfe angewiesen. Heißt, du bist gleich nicht ansprechbar. Das schon. Aber ich kann nicht kämpfen. Es wäre zu kraftraubend und ich würde die Spur verlieren. Ich gehe jetzt los. Also, halte die Viecher vom Hals, bis wir da sind. Jawohl, Chef. Jawohl. Ich habe schon die Waffe gezückt. Ich mag unsere Axt. Die selber zusammen geschusterte. Mehr oder weniger. Sie schaut halt so aus. Boah, da ist schon wieder schön. Und die Musik. Li, li, li. Ich hoffe mal stark, dass es hier keine Chimären gibt. Aber Riesenraten. Jawohl. Wir nehmen gleich mal die Heilpflonze mit. Ui, da mein Teleporter. Wie schön. Mehr sauf ich. So wird das was, ne? Au. Alter, was? Na, wirklich. Würdest du bitte draufhauen? Du Drecksviech. So, geht ja. Keine Schimäre, Gott sei Dank. Warte, gnädigste. Ich muss noch schnell looten. Immer die Viber, die haben es immer eilig. So, okay. Du bist selber ein Weib. Na und? Das ist ja wahr. Einmal Teleporter, bitte. Danke. Zum Burgsee. Wow. Ich glaube, das wird gleich schön. Wow. Es wird lauter. Da oben muss etwas ziemlich Großes sein. Um Gottes Willen. Sei vorsichtig. Wo so viel Elex ist, sind auch meist ziemlich große Viecher. War ja eh klar. Sie muss es ja noch sagen, ne? Blöde Kuh. Wohin? Rauf. Okay. Ich renne, glaube ich, mal ein Stückchen vor. Ich sollte vielleicht ein Tellerchen essen. Also, nicht den Teller, sondern den Innere. Also, ja. Ich wisch schon. Ein Steak essen soll. Wo sind sie denn, die Viecher? Ein Raptor würde mich schon reichen, ehrlich gesagt. Ich wäre schon zufrieden. Irgendwie ist da gar nichts. Ich glaube, ich gehe mal kurz speichern. Und zwar. Hier drauf. Ja, bitte. Und da fällt mir gerade ein, wir müssen weiterhin Elex sammeln, ne? Also, Elexit. Entschuldigung. Die Währung, ne? Also, Kohle, Moos und mehr. Damit wir uns endlich die bessere Rüstung kaufen können, ne? Oder hatten wir jetzt die schon? Ist das jetzt schon die bessere? Ich glaube noch nicht, oder? Die war so sauteuer, ne? Ich glaube, wir müssen da laufen. Da laufen. Da laufen, da müsst ihr tun, da. Da laufen. Alle Viecher stehen stramm. Oder auch nicht. Da ist ja nichts. Jawohl, sie kommt. Okay. Dann schauen wir uns weiter um. Da ist noch eine Heilpflanze. Jetzt habe ich das Gefühl, dass da was ganz was Böses auf uns lauern tut. Da vorne haben wir schon mal so ein Viech. Ist das jetzt ein Wühlerchen oder ein Schakali? Ein Wühlerchen. Au. Der erste ist hin. Der zweite auch gleich. Fast. Au. Verröcke. Bist du nicht. Jawohl. Fast erledigt. Ein Viech, zwei Viech. Jawohl. Dauert ein bisschen. Mutantenkraut. Mutantenkraut. Oh weia. Oh weia. Ich glaube, ich speier kurz. Wenn solche Orte sind, ist es immer ungut. Dann kommen solche Rotmolchviecher und lauter so grausliches Zeug. Oh, da schaut es ruhig aus. Ich baue mal das Elexi da. So, 20 Stück. Sehr fein. Das sind Schuhe. Vielleicht braucht es hier welche. Schlafsack. Wir nehmen da mal alles mit. Hier unter unseren Füßen muss sich eine gigantische Elex-Ader befinden. Ich mache mich am besten gleich an die Arbeit. Ich muss mich mal kurz schnäuzen. Momentchen. So, schon besser. Entschuldigung. So, äh, ja. Sie macht sich an die Arbeit. Gut, das heißt, wir werden sie beschützen müssen. Das heißt, da kommt Ungeziffer wahrscheinlich. Ich hoffe es nicht, aber könnte sein, ne? Geh'n mal eins sammeln. Ich glaub, sie ist gleich soweit. Ah! Hat es funktioniert? Mehr als das. Yeah. Es legt mir fast alle Sinne lahm. Ich kann kaum noch atmen. Was hast du gehört? Das Elex-Vorkommen hier ist besonders aggressiv. Fühlst du das denn gar nicht? Nein. Wow. Dann musst du einen irrsinnig starken Willen haben. Jeder, der sich hier längere Zeit aufhält, muss schlichtweg wahnsinnig werden. Fast ein Wunder, dass die Alps diesen Ort noch nicht erschlossen haben. Der Wille allein ist es, was die Alps von den Mutanten unterscheidet. Hast du noch eine Elex-Spur ausmachen können? Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Machen wir das zuerst. Wegen der Elex-Nebenwirkungen? Ja? Hier, bitteschön. Ein bisschen pures Mana. Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Ähm, ja genau. Der Wille und das, ne? Der Wille allein ist es, was die Alps von den Mutanten unterscheidet. Ja, somit bist du der perfekte Kandidat für ein hohes Amt bei ihnen. Hm. Schon gut. Wir brauchen uns darüber nicht weiter zu unterhalten, wenn du nicht willst. Ich denke, du weißt das auch so, was du zu leisten imstande bist. Viel interessanter ist es, was du mit deiner Willenskraft in Zukunft anstellen wirst. Für diejenigen, die es nicht so glücklich getroffen hat und zu Mutanten degeneriert sind, kommt jedenfalls jede Hilfe zu spät. Hast du noch eine Elex-Spur ausmachen können? Hast du noch eine Elex-Spur ausmachen können? Ja, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es sich lohnt. Es wäre eine ziemlich gefährliche Gegend, in die ich dich schleifen würde. Gib mir noch ein wenig Zeit. Ich melde mich, sobald ich mir sicher bin. Sehr gut. Ist recht. Gut. Noch einmal eine Ehrenrunde. Vielleicht ist da oben noch irgendwo was. Wir können nicht genug Elex-Spur bekommen. So. Ich glaube mir, da ist was, oder? Ja. Ich glaube, ansonsten waren wir brav. Wir könnten uns einmal hinlegen, bis zum nächsten Morgen pennen. Dass sie nicht Füße kalt hat, ne? Ich meine, da wären gerade so schöne Schneestiefel, willst du nicht haben? Gnädigste? Boah, also mir würden da alle Zehen wegfrieren. Naja. Vielleicht ist sie einfach nur hart im Nehmen. Ähm, gut. Wohin denn als nächstes? Ich glaube, wir hatten da noch keine Quest, ne? Alte Pflichten. Die kennt der Mama. Hinter Gefährten. Für die Handvoll Splitter. Neue Erkenntnisse. Jetzt ist ich bei mir melden. Alte Pflichten. Gut. Alte Pflichten. Wir miesen. Wir müssen. Was müssen wir denn machen? Torgalt. Äh, Toral. So. Torgalt. Ich bin auch in Torgalt. Toral. Alter, der ist jetzt ja da unten, ne? Bäh. Warte, bevor ich einen Blödsinn mache. Alte Pflichten. Bilger, Torge, bla bla bla. Torgalt ist eine harte Nuss. Er will, dass der Einfluss der Alps in den Ländern der freien Menschen signifikant geschwächt wird. Erst wenn Toralts Ziele erreicht sind, wird er sein Wissen mit mir teilen. Also theoretisch haben wir das geschafft. Es gibt da keinen gelben Pfeil mehr, ne? Also theoretisch könnte man nachfragen, ne? Bringen wir es halt. Mehr als nicht klappen. Gefährliche Gegend. Geht eh nicht. Okay. Ja, gefährliche Gegend. Da hast du recht. Aber wir beide schaffen das, meine Gute. So. Nathan. Unheimlich. So. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Ist das vielleicht gerade ein Schreibfehler schon gewesen? Da oben ist ja nicht Dorka. Das war doch der eine. Was das früher wohl mal war? Ein Haus. Ich schaff das. Jawohl. Boah, das war knapp. Das soll Storka sein? Echt? Je weniger Elex die Alps fördern, umso schwächer werden sie und desto eher sind sie zu besiegen. Wenn du nur irgendeinen Weg kennst, sie zu deaktivieren, dann sorge dafür, dass sie endlich schweigen. Nicht nur die Alps führen diesen Krieg. Die freien Menschen bekämpfen sich gegenseitig. Ach, wir waren hier noch nicht fertig, ne? Nicht nur die Alps führen diesen Krieg. Die freien Menschen bekämpfen sich gegenseitig. Das ist leider wahr. Doch sorgen mich am meisten die Machenschaften der Kleriker. Ulbricht, der oberste Judikator der Kleriker, plant eine Großoffensive gegen den Konverter der Alps in seinem Land Ignadon. Sollte er scheitern, dann ist Ignadon in der Hand der Alps. Das darf nicht passieren, wenn wir nicht an zwei Fronten kämpfen wollen. Die Elixitoren sind die eigentlichen Drahtzieher bei den Alps. Die Elixitoren sind die eigentlichen Drahtzieher bei den Alps. Tatsächlich? Sagtest du nicht selbst, dass du den Verdacht nicht los wirst, dass deine eigenen Leute dich verraten haben? Ich würde vorschlagen, du regelst erst einmal deine Familienangelegenheiten, um deinen Kopf freizukriegen, bevor du weitere Schritte gegen den Eispalast einleitest. Was weißt du schon von meiner Familie? Was weißt du schon von meiner Familie? Ich kenne dich, Bestie von Xakor. Und ich kenne deinen Vater. Und ich glaube nicht, dass er nur zum Spaß nach Abessa geflohen ist. Was? Okay, ob er noch lebt? Die nächste Erinnerung, scheinbar. Wie bitte? Es gibt Probleme mit der Elix-Förderung in Edan? Ja, der Konverter dort ist inaktiv. Und das schon seit Stunden. Vermutlich nur eine technische Störung. Nein, ich denke, das waren die Berserker. Ich gehe davon aus, dass sie die Konverter stürmen konnten. So wie es sich schon die letzten Wochen abzeichnete. Dafür gibt es keinen Hinweis. Hm, das ist doch offenkundig. Doch sind wir schon zu verblendet, um die Wahrheit anzuerkennen? Was soll das? Höre ich da etwa leise Kritik an unserer Direktive? Nein, aber an den Methoden, diese umzusetzen. Wir dürfen die freien Menschen nicht unterschätzen. Wenn ihre Gemeinschaften ihre Feindseligkeiten einmal vergessen und sich verbünden würden, dann könnte das gefährlich für uns werden. Sei besser vorsichtig, was du sagst, alter Mann. Du weißt, sonst werde ich das melden müssen. Außerdem sind deine Zweifel unangebracht. Die Zukunft gehört uns. Und deine Söhne sind bald die Speerspitze unserer Armee. Hm, ja, ich weiß. Hm, hm. Vermutlich hat auch er einen Feind im Eispalast. Was? Wie jetzt? Du weißt nicht, dass Vardy zu den Separatisten in Abessa übergelaufen ist? Ha! Dann weißt du über deinen Vater weniger als ich. Kümmere dich besser mal darum. Oh, wie cool! Wir treffen Papa. Aber wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wer meinen Gleiter abgeschossen hat, bin ich beeindruckt. Wenn du mir jetzt noch sagen kannst, wer meinen Gleiter abgeschossen hat, bin ich beeindruckt. Hm. Tja, vielleicht ist das gar nicht schwierig. Ich sag mal so. Wenn die freien Menschen wüssten, wie man eure Gleiter mit einem einfachen Schuss vom Himmel holt, hättet ihr keine mehr. Also frag dich mal, wer von den erlauchten Herrschaften aus dem Eispalast hier draußen so etwas wissen könnte. Die Separatisten? Unwahrscheinlich. Die kämpfen doch gegen die Elexitoren und nicht gegen ihre Soldaten oder Commander. Hä? Du glaubst, es war ein Elexitor? Tja. Das würden sie nicht wagen. Ich war im direkten Auftrag des Hybriden unterwegs. Kallax hat dich hinrichten lassen. Kallax handelte nach der Direktive. Wer versagt, gefährdet die gesamte Mission und verdient den Tod. Doch hatte er auch bei meiner Havarie die Finger im Spiel? Gegen den Willen des Hybriden? Tja. Und da es keinen Elexitor gibt, der einen direkten Befehl des Hybriden verweigert... Es gibt einen. Zadom. Aber... Das... Das ist unmöglich. So sicher bist du dir? Nun, an deiner Stelle würde ich den alten Eremiten mal näher unter die Lupe nehmen. Mhm. Alp. Ich könnte eventuell einen Alpgleiter mit in die Waagschale legen. Ich könnte eventuell einen Alpgleiter mit in die Waagschale legen. Hm, sehr interessant. Und er ist voll einsatzbereit, ja? Naja, ich fürchte, dass er erst noch eine neue Reaktorspule benötigt, bevor man ihn wieder in die Schlacht schicken kann. Bei meinem letzten Flug hatte ich schon Probleme mit meiner X-48-Spule. Na schön. Dann sag deinen Mechanikern erst mal, dass sie deinen Gleiter reparieren sollen. Hm, warte mal. Nicht weit nördlich von hier ist ein altes Fabrikgelände. Ich war schon mal dort. Früher, in der alten Welt, hatten sie dort so etwas wie ein geheimes Wissenschaftslabor. Würde mich nicht wundern, wenn du dort ein passendes Bauteil für deinen Gleiter findest. Oh, cool. Sehr gut. Das wäre schön. Das alles ist ziemlich viel zu tun für einen Mann allein. Was ist mit dir? Ich habe meine Aufgabe hier. Und das ist eigentlich schon mehr, als ich allein stemmen kann. Ich muss weiterarbeiten. Das Elex muss umgekehrt werden. Und koste es mein Leben. So weit sind wir noch nicht. Du hast deine Aufgaben. Komm zu mir, wenn du etwas zu berichten hast. Ich werde hier sein. Das freut uns. Du glaubst wirklich, dass du irgendwann das gesamte Elex der Welt mit einem Schlag umkehren kannst? Status spricht zu den Konvertern. Das obere. Du glaubst wirklich, dass du irgendwann das gesamte Elex der Welt mit einem Schlag umkehren kannst? Ich würde meine kostbare Zeit nicht dafür verschwenden, wenn ich nicht daran glauben würde. Doch sind noch viele Hürden zu nehmen. Ich brauche noch Zeit. Statusbericht. Statusbericht zu den Konvertern. In Ignadon verschwinden immer noch freie Menschen im Konverter. Der stark bewachte Konverter in West-Sarkur wird noch betrieben. In Ost-Sarkur befeuern die Alps immer noch einen Konverter. Die Konverter sind das Grausamste, was dein Volk uns je angetan hat. Erst wenn sie alle schweigen, werden die freien Menschen wieder aufatmen können. Na gut, da haben wir ja Arbeit. Toralt. Moment, Toralt und der andere ist Torgall. Vielleicht sind sie Brüder. Egal. Jo. Machen sie Brüder? Keine Ahnung. Egal. Vergessen. Ähm, der Part wäre auch zu Ende. Puh, das war jetzt ganz schön heftig gequatsch. Ne? Also, puh, puh, puh. Ja, wir haben neue Aufgaben. Das ist sehr schön. Und ich brauche mehr Elexit. Wir brauchen eine neue Rüstung. Helm, bla, bla, bla. Boah. Wir brauchen Geld. Ich hoffe, wir kriegen bald genügend zusammen, damit wir wenigstens unsere Rüstung kaufen können. Das würde mir sehr gefallen. Aber bis dahin ist jetzt mal ein Päuschen nötig. Nämlich ein Päuschen bis morgen. Ihr Lieben, das war's somit für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.